und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei yakuza kiwami 2 und jetzt wird es dann richtig abgehen weil jetzt kommt dann der krieg gegen den die omi alliance und das wird lustig und dann wird es dann wiederholfen und dann wird es dann wiederholfen um 31個の爆弾だって でも大丈夫です 爆弾の件に関しては 伊達さんが警視庁に掛け合っています 今俺たちにできるのは nacho 合流会から守ることです そうは言っても 重だった幹部は殺されちまって クミーが浮き足だって まとまりがつかない状態なんだよ 柏木さん どれくらい兵隊を集められるんだ そうだな この町周辺の組織に声をかければ 300ぐらいはなんとか 柏木さん その300人 俺に預けてくれ すぐに召集をかける 登場会のために 立ち上がってくれるんだね 親父や風間のお好きが体を張って守ってるこの町 ゴーダリュウジュのようなやつを好きにさせたくね ゴーリュウカイを帰り撃ちにしてやる 大ゴー オマエ Ah, endlich übernimmt die Verantwortung, ja Sack. Eigentlich sollte man nur hier schon abfangen. Den Typ mit Panzer vorhießt und die Sache wäre geregelt. Die Sache wäre beste, aber es ist noch eine Bedeutung. Alle, uns Enter und die Frage haben. Nein, das war ein Problem. Es hat die Welt begutte, dass die Tru lösen als Kanten nicht gewöhnen. Ja. Wir haben, hier, mit dem Land am Händen gekommen. Wenn wir Menschen aus den Riedern, könnte man so einwehrwuntersuch, aber ich Tales wie die Stadt. Ja, da wird die Stadt nicht verletzt, aber er ist für den Tag. Ich sollte den Tag der Glamour des Gen Jenkins wiederholen. Ich weiß nicht, ich will den Tag der Glamour des Genens unter anden rechtern. Nummer 5 ist der Tag der Glamour des Genens. Das ist der Fall der Zeit. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall sofort. Was ist denn da? Ich bin der Date. Ich habe noch etwas Problemen. Warum steht der nackt vor denen eigentlich? Warum erinnert mich an die Szene aus South Park, Alter? Mit dem... George R. R. Martin. Vorher der Ringe, Alter, von Game of Thrones. Let's head to Purgatory. Dateson's waiting class there. What do you think he wants? Something to do with the bombs? I don't know, but we should hurry. Right. Where is he actually dabei? What? 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 Ich will erstmal was essen. Oh, hallo? Ich will essen haben. Hallo? Essen? Essen haben? Hallo? Hot Soba. Chilled Soba. Chilled Soba. Chilled soba. Chilled soba. Zack, 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 zack. Okay, was haben wir da eigentlich alles? Egg & Tempura Soba. Special Food Soba. Katsudon. Curry & Rice. Ah, come. Scheiße drauf. Ah rein, du Alter. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Warte mal, hab ich einen Bonus bekommen? War ich zwei zusammengekriegt? Vielen Dank! Ich weiß nicht, was ich eigentlich noch 19 draus machen kann, weil es sind ja noch 3 Majima Kapitel. Die sind ja glaube ich komplett neu dazu gekommen. Okay. Hey! Ihr wisst, dass ich grad ziemlich nahe. Oh! Hey, ich will irgendeine Kombinations-Affekt mit dem Dive-Up machen. Das ist ja überhaupt überhaupt noch GF, die kommen hier drüber hin. Oder zuschauen. Nein, nein, nein! Umbring dich! Au! Okay, das wollten ja die Garten. Jetzt ist es noch vorbei. Oh, da liegt die Kohle auch noch am Auge her. Alter, wie viele laufen denn hier rum? Ich glaube, das waren wir in den alten Kass... äh... ... in den anderen Yakuza-Teilen lieber. Da war alles zu viel unterwegs. Oh, das war ein geiler Abattack, Mann. Aber richtig geil. Oh, das war ein geiler Abattack, Mann. Oh! Und ich weiß, ich glaube jedes Mal durch die... ... die Dinger durch, obwohl ich hier einfach... Hä? Das hat der falschen Eingang angezeigt. Achso, es gibt hier nur... Achso. Ah, jetzt weiß ich was. Mann, da mach ich mal eigentlich die Kohle für den ganzen Scheiß, ey. Oh, jetzt sind wir der ganzen... Können die nicht abkürzen? Kürzen die auch? Jaaa... Komm, abkürzen. Ah, die kürzen natürlich nicht ab. Und schon ist hier unten alles wieder am Laufen. Alter, ich will so nicht sehen, ob es das wirklich gibt. onisha? Onisha! Onisha! Mich würde interessieren, ob der Majin mal hier wirklich... ... das einfach... ... hergegeben und so. Ja, okay, machen wir da weiter. Scheinbar. Was hast du da? Der Kollege Proffekt hat, der supposedst, nicht rollen. Wann? Ich habe gerade zwei Eingang hergestellt. Ich weiß nicht, was ich. Ich kann nicht so verstehen, was ich nicht. Ich weiß nicht, was ich nicht. Ich weiß nicht, dass ich nichts zu tun habe. Ich weiß nicht, was ich... ...dann es nicht so gut. Dann habe ich keine Grenzen. Ich weiß nicht, wie ich es nicht. Ich weiß nicht, was ich. Aber es ist 31. Ich weiß, dass es nur ein Ort ist. Wenn man hier ein System bleibt, dann kann man nicht mehr so sein. Das ist ein Problem. Ich habe mich nicht mehr so gewohnt. Ich habe mich nicht mehr so gewohnt. Ich bin der Mann, der Mann. Das war's für heute. Oh! Hey, what the fuck? Machima, du. Hey, you're the one. Oh, that's the one. The one you're going to do. You're going to do something. I'll just show you the place of fire. I'll give you a second. Was ist das schon wieder? Das ist Kiryu? Kiryu-san. Ich bin der Partner in der Oval von Bantan. Was ist falsch? Einige Leute aus der Omni-Alliance... Dann? Ja, sie wollen dich finden. Hey! Du bist okay? Talk mit mir! Dammit! Meine Freunde sind in Trouble hier. Sind das eigentlich immer dieselben, die wo er da rumgambelt? Man ist sichtvoll, da ist doch die, die wo es hin will. Also vom Style her, hier unten, also wenn man mal die Prostituierten weglässt. Schau uns an, sieht bestimmt cool aus in der Realität. In der Realität, vom Aussehen her. Wie gesagt, wir lassen mal die Prostituierten weg. So was ist ein Ogri-san dieser? Was ist denn jetzt schon wieder? Is dat denn noch nicht suPS the most? Was ist denn jetzt schon wieder? Was ist denn jetzt schon wieder? Was ist denn jetzt schon wieder? What's wrong? Wettu sind hinten wieder? Was occ議t denn mañana mit dem Verein zu verreißen? Arbeit doch weg! Hey, what are you doing? Stop! You can't drag innocent civilians in this place. Ich find das nicht Schwachsinn, dass die überhaupt sofort wissen, wo sie hin müssen. Zum Barkeeper und zum... 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 Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Warum rufen denn alle den Kirio an? Hallo, Kirio-san. It's the Kirio-Clan. Blablabla. Wir können nicht alle auf einmal anrufen. Also gibt es jetzt drei ... ... Morte, wo ich randalieren muss. Ah, Infoman. Zeitungsman. Huff, huff, Kirio-san, ist terrible. Was ist falsch? The Kirio-Clan are racing hell all over the town. It's like an invasion. Nobody can stop them. Yeah, just go call from the Bartender now at Bandham. Er hat gesagt, Goryo, schau ihn auch. Wenn du dich nicht überraschst, wird es nicht die Stadt zu retten. Ich weiß. Also gut, wo ist denn das Erste? Der unten. Ja okay, da müssen wir sowieso hinlaufen. Dann gehen wir halt ein bisschen rum. Ja super, und das Erste, was ich über den Weg laufe, sind diese scheiß Spackos, die hier überall rumlatschen. Und einen auf dicke Hürde machen. Ich hab mir so dicke Hose, Alter, ich kacke mich, Alter. Das ist der Bar-Futzer, glaub ich, ne? Also, Ladies, let's go. Finally decided to show up, Kazuma Kiryu almost gave up on waiting here. But now that you're here, it's time to die. Ihr seid nur drei Leute, das wisst ihr, ne? Und ihr seid in einer Bar, ihr Problem. Oh, der kackt aber auch nicht. Warte mal, ich hab ne Pflanze. Achtung, wenn ne Pflanze noch was ritt. Oh, warte, ich... Wir müssen doch mal die Steps ein bisschen nehmen. Mal Boost Defense. Alter, warum hab ich so wenig grün? Ist doch voll scheiße. Hülle mit drei. So, Life of the Dragon. Hit Gorge. Die sind immer noch nicht auf Max, Alter. Was wüsst du nicht? Ah, fuck, zwei fehlt noch. Also, mehr wie viel geht nicht. Battle Skills. Ja, gut, dafür brauch ich das grüne Zeug auch, ne? Warte mal, was war das Taunt? Anni, wir sind Charge Up Heat. Ah, who's taunt? Stun Resistance. Das ist das ganze andere Zeug. Heat Actions. Warte mal, warte mal. Lass mich mal kurz noch schnell... Hoch, hoch. Das war das, Alter. Kickst du mich gerade in die Eier. Ach, komm schon. Ja, du ne. Also, dieses Ausweichen wäre voll typisch, ey. Aber, wenn sowas noch. Nichts, komm schon. Ah! Uhhh! Alter, jetzt wüsst du mich verarscht? Ey, gib mir das gerade auf den Sack ey. Warte mal, gib mir die kleine Waffe her. Ja, bitteschön, Arschgeige. Hm, take no prisoners, I have to stop them. Ja, du ja eigentlich auch nicht, weil du hast gerade einen Typen abgestochen. Ich finde es halt, jetzt sind die anderen Angriffe teilweise schon hart, wenn er ihn mit voller Wucht in die Fresse schlägt oder so. Aber richtig hart ist es halt. Hä? Waren da nicht zwei Angriffe? Was ist denn das? Achso, das ist auch so ein Typ gewesen, wo ich kämmen kann. Oh! 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 Kohle! Oh, ein dicker. Ein dicker Brocken, Alter. Ja, das sieht ja eigentlich bei zwei Angriffe aus. Oh! 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 Du hast einiges gemacht. First page. Ja, da knackt die Nase, Alter. Ich überrage ein bisschen. 100.000, Alter. Geil! Wenn die anderen auch so stark sind, müssen wir später vielleicht noch mal einkaufen gehen. Ach stimmt, der Arzt war der zweite. Als drittes gehe ich dann zum Hostessclub. Hallo, Ladies! Hey, ist ein Ex-Vokabel zu ausbauen. Was bei Very Very Accepted was kommend sagst. Ist ja kleine Chinese. Äh, kleine... ...Goreaner. Alter, nein, warte mal... ...Goreaner. Äh... ...Goreaner. Auf die Null muss man... Hat die Null nur zu nehmen. Ey, du wärst voll richtig, ey. Du wärst voll richtig, ey. Alter, Leute, ey. Das Upload von der Microsoft Pickle. Kleiner Wichser, ey. Ey, was soll das werden? Scheiß kann ich auch. Manchmal weiß ich nicht. Oh. Hmm, I'm worried about Yuta. Hopefully I can hold this on a little longer. I've got to make sure Yuta and Stardust are okay. Oh, was das? On the ground. Green button. Hmm, okay. Mit dem Doktor wechselt er kein Wort einfach so. Pass schon, ich geh weiter. Ey, noch einer? Geil. Ey, Pedder, was geht so? Ja, was, was, hä? Oh, was ging fix? Die geben aber auch fast nichts, ne? Warte, da ist er schon. Mal schauen, wie viele da drin sind, weil da ist zu viel Platz drin. Da sind bestimmt fünf oder sechs Stück drin. Da sind bestimmt fünf oder sechs Stück drin. Mal so ein Albums drauf. Mal so ein Albums drauf. Yuya! Wirklich, wirkilometer euch war ihnen vier, ihrzionete ja wurst Nein. Just kidding. Keine Ahnung, wir kennen uns. H Warum habt ihr eigentlich immer alle Waffen dabei, Mann? Kämpfen wir halt anständig. Wenn wir auch nicht stündig in den Rücken zu haben, mit beiden Schweinehänden. Oh, dann habe ich den dann gegriffen. Alter, die ist durch die Gegend gekickt in der Rücken. Ja, was macht der denn hin? Ach, das ist nicht der. Du mal ein kleines Stück besser. Bitteschön. Keiner Grund. Ist doch geschmessen, habe ich gehört. Achso, ne, doch noch? Oh. Dann wusste mir leid. Oder auch nicht. Oh. Das ist, glaube ich, länger gedrückt. So, dämliche Nervensegel. Nachdem ich jetzt weiß, dass ich leid gedrückt halten muss, geht es auch einfacher. irgendein Stallion. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020